Hallo ihr Lieben, ich habe bei der Inka Schminker das Projektvideo gesehen, mehr trinken für längere Haare und ja, da habe ich sowieso schon eigentlich viel zu wenig trinke am Tage und ich auch eigentlich gerne noch längere Haare. Okay, ich habe jetzt hier schon ziemlich lange Haare im Gegensatz zu der Inka, aber ich möchte sie schon ganz gerne bis hier haben oder so und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache doch einfach mal mit. Mein Ziel ist es am Tag, also auf der Arbeit, das sind eineinhalb Liter zu trinken und dann nochmal über den ganzen restlichen Tag verteilt mindestens eineinhalb Liter, das wären dann drei Liter und alles was darüber geht, wäre natürlich auch sehr schön, aber drei Liter sind mein Ziel. Okay, dann muss man zwar einmal öfters auf die Toilette, aber ich denke, das gibt sich dann, wenn man sich daran gewöhnt hat. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Und ihr werdet von mir auch immer Updates sehen, wie viel ich dann nun wirklich trinke, beziehungsweise wie viel ich geschafft habe. Ich weiß noch nicht, ob ich das einmal wöchentlich mache oder alle 14 Tage oder einmal im Monat, ich weiß noch nicht. Das werdet ihr dann zum gegebenen Zeitpunkt hier bei YouTube sehen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!